Hallo und herzlich willkommen bei Holzwerken TV. Mein Name ist Heiko Rech und ich zeige Ihnen heute, wie Sie Ihr Holz in den Computer bekommen. Viele von Ihnen arbeiten sicherlich mit dem Programm SketchUp und kennen daher solche Bilder. Denn standardmäßig färbt das Programm Ihre Konstruktion weiß und grau ein. Einen wesentlich besseren Eindruck davon, wie ein Möbel später wirken würde, bekommt man allerdings, wenn man das 3D-Modell mit Holztexturen gestaltet. Dazu gibt es in SketchUp Texturen. Im Lieferumfang sind nur wenige Holztexturen enthalten. Diese werden wohl kaum dem Holz entsprechen, das Sie bei Ihrem Projekt verarbeiten wollen. Es ist aber sehr einfach, sich eigene Texturen zu erstellen. Texturen sind nichts anderes als Bilddateien, die über das 3D-Modell gelegt werden. Sie benötigen also als erstes eine entsprechende Bilddatei. Wenn Sie es sich einfach machen möchten, können Sie im Internet nach entsprechenden Bildern suchen. Bedenken Sie aber bitte, dass diese Bilder urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen sie also nicht einfach weitergeben oder gar gewerblich nutzen. Suchen Sie sich eine Bilddatei aus, die möglichst groß ist. Je größer die Textur ist, desto natürlicher kann sie dargestellt werden. Sie können aber auch einfach ein Stück Holz auf den Scanner legen und es in den Computer einlesen oder davon ein Foto machen. Sie können mit dieser Bilddatei bereits eine Textur erstellen. In den seltensten Fällen passt aber die Bildgröße zu ihrer Werkstückgröße. Das Ergebnis sind dann solche unschönen Nahtstellen, dass SketchUp das Bild einfach mehrmals aneinandersetzt und die Fläche somit dann ausfüllt. Das sieht dann sehr unnatürlich aus, aber es gibt eine Möglichkeit, das zu ändern. Öffnen Sie zunächst die Datei in Ihrem Bildbearbeitungsprogramm. Nun vergrößern Sie die Arbeitsfläche um jeweils 100% in der Breite und 100% in der Höhe. Ihr Ursprungsbild bleibt dabei in der linken oberen Ecke. Das Ursprungsbild wird nun viermal in die vergrößerte Arbeitsfläche eingefügt. Die Einzelbilder müssen nun noch gespiegelt werden, sodass ein nahtloses Bild entsteht. Das Gesamtbild wird gespeichert und bildet später die eigentliche Textur. Gespeichert sollte das Bild im JPG-Format werden. Nun geht es in SketchUp weiter. Im Modell, das Sie mit einer eigenen Textur versehen möchten, öffnen Sie den Dialog Materialien. Dort gehen Sie auf den Button Im Modell und hier können Sie eine neue Textur erstellen. Dazu klicken Sie auf den Button Material erstellen. Zunächst vergeben Sie einen Namen für Ihr neues Material. Als nächstes sagen Sie SketchUp, dass Sie eine Bilddatei als Textur verwenden wollen. Dazu setzen Sie einen Haken bei Texturabbildung verwenden. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie Ihre Texturdatei, also das Bild, das Sie eben erstellt haben, auswählen können. Nun geben Sie noch die Größe an und klicken auf OK. Ihre neue Textur ist jetzt erstellt, muss aber eventuell noch etwas angepasst werden. Die Gesamtgröße der Textur sollte in etwa zu allen Bauteilen in Ihrem Modell passen. Machen Sie einen Doppelklick auf die Textur, dann können Sie die Größe noch ändern. Mit diesen Werten müssen Sie etwas herumspielen, bis Sie eine Größe gefunden haben, die Ihnen optisch zusagt. Haben Sie die passenden Einstellungen gefunden, können Sie die weiteren Elemente, die Sie gezeichnet haben, mit der Textur füllen. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Nun kann es aber passieren, dass SketchUp die Textur nicht so projiziert, wie die Holzmaserung an Ihrem Werkstück verlaufen soll. Das können Sie natürlich ändern, ohne eine neue Textur erstellen zu müssen. Wie viele Funktionen in SketchUp verbirgt sich auch diese hinter dem rechten Mausklick im Kontextmenü. Dort gibt es den Punkt Textur, Position. Es werden vier Reißzwecken projiziert. Mit diesen Reißzwecken können Sie die Lage und die Größe der Textur verändern. Sie können beispielsweise die Textur verkleinern. Sie können sie auch drehen und verschieben. Das Verzerren bringt bei einer Holzstruktur einen eher ungewöhnlichen Effekt. Daher macht das nur wenig Sinn. Wenn Sie genau diese Textur auf einer anderen Fläche benötigen, können Sie mit der Pipette die Einstellungen kopieren und auf eine andere Fläche übertragen. Wie Sie sehen, wurden die zuvor mit einer Textur belegten Flächen nicht verändert. Wenn Sie eine ganze Gruppe aus Elementen mit einer Textur versehen haben, dann läuft die Textur überall in die gleiche Richtung. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn man eine natürliche Holzoptik haben möchte. Das einfachste ist, diese Flächen neu mit einer Textur zu versehen. Öffnen Sie die Gruppe zur Bearbeitung und füllen Sie die Fläche neu mit der entsprechenden Textur. Das linke Rahmenholz und das rechte Rahmenholz sind als Komponente angelegt. Da werden die Änderungen natürlich, wie es sich für eine Komponente gehört, übernommen. Mit den eigenen Texturen wird ein solches SketchUp-Modell doch viel aussagekräftiger. Wenn Sie möchten, können Sie sogar auf diese Art und Weise im Vorfeld bereits verschiedene Holzarten und Materialien ausprobieren. Ich hoffe, Ihnen hat dieses kurze Video mit einigen Tipps und Kniffen zum Thema Texturen in SketchUp gefallen. Am besten probieren Sie es gleich einmal aus. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß.